Hallo, ich wünsche euch ein wunderbares Jetzt. Auch im letzten Jahr habe ich euch ja bereits drei Bücher für das kommende Jahr empfohlen und genauer vorgestellt. Das kam so gut bei euch an, dass ich auch dieses Jahr wieder eine kleine Liste für euch zusammengestellt habe. Hier sind also drei Bücher, die dein Jahr 2024 ganz besonders prägen könnten. Die Links zu allen Büchern findet ihr natürlich in der Beschreibung. Beginnen möchte ich mit diesem Weltbestseller von Erich Fromm, Die Kunst des Liebens. Aber was machte dieses Buch so wahnsinnig populär? Das Wort Liebe ist doch irgendwie schwierig. Manchmal wird es zu sehr mit romantischer Liebe in einer Partnerschaft in Verbindung gebracht, in Filmen ist es am Ende oft die Liebe, die alles in Ordnung bringt, Liebe als eine Kraft wird manchmal mit esoterischen Vorstellungen verbunden und die Liebe in ihrer universellen altruistischen Form wird als zu idealistisch betrachtet. Doch in diesem scheinbaren Nebel der Missverständnisse und Klischees eröffnet uns Erich Fromm faszinierende neue Perspektiven, eine facettenreiche Betrachtung des Phänomens Liebe und eben nicht bezogen auf unser Empfinden nicht oder nicht in ausreichendem Maße geliebt zu werden, sondern auf die eigene Fähigkeit zu lieben, die Kunst des Liebens. Zentral für Fromms Philosophie ist dabei die Urangst des Getrenntseins. Diese Angst vor der Isolation treibt den Menschen dazu, nach Vereinigung und Liebe zu streben. Fromm argumentiert, dass die Fähigkeit zu lieben nicht nur eine emotionale Erfahrung, sondern auch eine aktive Wahl und eine Kunst ist, die entwickelt werden kann. Fromm hat dabei fünf Arten der Liebe identifiziert. Die Nächstenliebe, die mütterliche Liebe, die erotische Liebe, die Selbstliebe und die Liebe zu Gott. Die Nächstenliebe ist dabei die fundamentalste Art, die allen anderen Formen zugrunde liegt. Das Wesen der Mutterliebe ist das bedingungslose Bejahen des Lebens und der Bedürfnisse des Kindes. In der dritten Art, der erotischen Liebe, geht es um das Verlangen nach vollkommener Vereinigung, nach der Einheit mit einer anderen Person. Und Selbstliebe betrachtet Fromm als die Voraussetzung für die Fähigkeit, andere zu lieben. Eine gesunde Selbstliebe führt zu einem Gefühl der Eigenverantwortung und ermöglicht es, Liebe großzügig mit anderen zu teilen. Fromm spricht auch über die religiöse Dimension der Liebe. Die Liebe zu Gott repräsentiert eine transzendente, spirituelle Liebe, die über die menschlichen Beziehungen hinausgeht. Auch sie entspringt dem Bedürfnis, das Getrenntsein zu überwinden und Einheit zu erlangen, eben in einem umfassenden, kosmischen Sinne. Diesem Teil widmet Fromm auch besonders viel Aufmerksamkeit. Er schreibt, dass wir das Geheimnis des Menschen und des Universums mit unserem Verstand zwar niemals begreifen können, aber dass wir es trotzdem im Akt der Liebe erkennen können. Er skizziert dabei die Entwicklung der Menschheit in Bezug auf Religion mit all den verschiedenen Stufen, die wir geschichtlich bereits durchlaufen haben, bis hin zur höchsten Form der Religion, in der der Mensch von Gott nur noch in einem poetischen und symbolischen Sinn spricht. Er kommt zu dem Schluss, dass das letzte Ziel der Religion nicht der rechte Glaube sei, sondern das richtige Handeln. Aber ich will euch jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist ein wahnsinnig inspirierendes Buch auf so vielen Ebenen, dass ich es jetzt über die Weihnachtsfeiertage auch nochmal gelesen habe. Es ist auch nicht zu umfangreich, nicht zu kompliziert geschrieben, nicht zu abstrakt, sondern mit einem konkreten Mehrwert für das eigene Leben. Ich möchte den Leser davon überzeugen, dass all seine Versuche zu lieben fehlschlagen müssen, sofern er nicht aktiv versucht, seine ganze Persönlichkeit zu entwickeln und es ihm so gelingt, produktiv zu werden. Ich möchte zeigen, dass es in der Liebe zu einem anderen Menschen überhaupt keine Erfüllung ohne die Liebe zum Nächsten, ohne wahre Demut, ohne Mut, Glaube und Disziplin geben kann. Ihr wisst ja, dass Meditation eines der Kernelemente meiner Arbeit ist. Mit der Mindbuilding-App habe ich da ja ein Angebot geschaffen, um all meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen und mein Wissen nach und nach übersichtlich für euch aufzubereiten. Natürlich gibt es in Bezug auf Meditation aber noch viele Klischees und Missverständnisse. Ich selbst musste damals, vor mittlerweile über zehn Jahren, auch erstmal überzeugt werden. Und dabei war für mich ein sehr entscheidender Punkt, vielleicht sogar der entscheidende Punkt, die wissenschaftliche Forschungslage. Deshalb möchte ich euch das Buch Meditation für Skeptiker von Ulrich Ott empfehlen. Das Buch hält absolut, was es verspricht. Wer skeptisch gegenüber dieser Geistesübung ist, wird spätestens mit diesem Buch überzeugt. Aber natürlich ist es auch interessant, wenn man bereits überzeugt ist oder sogar schon aktiv regelmäßig meditiert. Das Buch führt sehr entspannt heran an das Thema Meditation. Es gibt viele Tipps für Anfänger, wenn man wirklich noch absolut gar keine Ahnung hat, was Meditation ist und wie man damit anfängt. Ulrich Ott beschreibt auch, woher bestimmte Techniken kommen und wie sie in verschiedenen Traditionen und Übungsformen praktiziert werden. Besonders interessant waren und sind für mich dann vor allem die Ausführungen zur wissenschaftlichen Erklärung über die Wirkung von Meditation und zur aktuellen Forschungslage. Beispielsweise wird beschrieben, warum die Atembeobachtung als Grundlage dient, welche Hirnnetzwerke dabei auf welche Weise angesprochen werden und es gibt eben auch Verweise auf Studien, die belegen, wie das Hirn tatsächlich durch diese Art der Übung trainiert wird. Das Buch ist dabei im ersten Teil so gegliedert, dass auf verschiedene Aspekte der Meditationspraxis separat eingegangen wird. Also eben beispielsweise der Atem, das Fühlen, das Denken und schließlich auch das Sein. Auf dieser letzten Ebene geht Ulrich Ott also sogar über Meditation als reine Konzentrations-, Entspannungs- und Wohlfühlübung hinaus. Hier geht es um das Dasein an sich, um existenzielle Fragen, die uns tief bewegen. Im zweiten Teil des Buchs geht es dann an die wissenschaftliche Vertiefung, die richtigen Fragestellungen und Methoden, den Einfluss von Meditation auf unsere körperliche und mentale Gesundheit, speziell auch die Messung von Hirnaktivität und welche Schlüsse wir daraus ziehen können. Insgesamt also ein Buch, das sowohl für den Skeptiker sehr geeignet ist, an den sich ja auch der Titel richtet, aber auch für Menschen, die sich mehr mit der Wissenschaft hinter der Meditation beschäftigen möchten. Natürlich kann ich euch da auch sehr meine App Mindbuilding ans Herz legen. Dort wird es im nächsten Jahr auch eine ganze Theorieserie zur Wissenschaft hinter der Meditation geben. Aktuell gibt es übrigens auch 50% Rabatt auf die Lifetime-Mitgliedschaft. Das ist besonders interessant, wenn ihr kein Fan von Abo-Modellen seid. Link dazu unten in der Beschreibung. Dank moderner neurowissenschaftlicher Verfahren können wir heute Wirkungen von Meditationsübungen auf die Aktivität und die Struktur des Gehirns objektiv untersuchen und nachweisen. Diese Forschung demonstriert eindrucksvoll die Plastizität der neuronalen Schaltkreise, die unser Bewusstsein bestimmen und zugleich durch das verändert werden, was wir tun. Zum Schluss möchte ich euch noch von einem Buch von Ken Wilber erzählen. Wege zum Selbst. Wilber ist bekannt für seine Arbeit im Bereich der integralen Theorie. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, die sich mit Themen wie Psychologie, Spiritualität, Bewusstseinsentwicklung, Philosophie und Wissenschaft auseinandersetzen. Und er versucht dabei, verschiedene Perspektiven, Disziplinen und Ansätze zu integrieren. Er will damit ein umfassenderes Verständnis von individueller und kollektiver Entwicklung erreichen. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Wie ihr wisst, sind es auch genau diese verschiedenen Disziplinen, die ich in den Videos auf meinem Kanal bespreche. Direkt zu Anfang spricht Ken Wilber in diesem Buch auch über spirituelle und mystische Erlebnisse, wie sie ganz plötzlich auftauchen können durch Meditation oder auch durch die Einnahme psychedelischer Substanzen. Und er tut diese Erlebnisse nicht einfach als Halluzinationen ab, sondern schreibt ihnen eine große Bedeutung für unser Dasein zu. Es gibt interessanterweise viele Parallelen zu den philosophischen und psychologischen Hintergründen, die auch Erich Fromm in seinem Buch erläutert. Das Thema dieses Buches lautet, diese Art des Gewahrseins, dieses Bewusstsein der Einheit oder diese höchste Identität ist die Natur und der Zustand aller fühlenden Wesen. Aber wir schränken unsere Welt immer mehr ein und wenden uns von unserer wahren Natur ab, um uns mit Grenzen zu umgeben. Auch hier geht es also darum, ein Gefühl der Einheit zu entwickeln. Doch es gibt eben verschiedene Grenzen, die wir ziehen. Wilber spricht hier vom Spektrum des Bewusstseins und er zeigt auch auf, welche Therapieformen auf welchen Ebenen des Spektrums ansetzen. Dieses Grenzenziehen beginnt an folgendem Punkt. Die Illusion, mit der alles beginnt, ist die Trennung zwischen Subjekt, also mir hier drin, und Objekt, der Welt da draußen. Im ersten Schritt haben wir uns von den Dingen unterschieden und danach Grenzen zwischen den Dingen untereinander gezogen. Letztlich sind aber auch wir selbst kein fester Kern. Sondern ein komplexes System wechselseitiger Abhängigkeiten. Im Buddhismus spricht man von der Leerheit der Dinge. Alle Phänomene befinden sich kontinuierlich in einem komplexen Netz der wechselseitigen Abhängigkeiten. Sie haben keine eigenständige Existenz und sind daher leer. Daher ordnet Wilber Lehren wie den Buddhismus auch auf der letzten Stufe des Bewusstseinsspektrums ein. Dort, wo es um das Bewusstsein der Einheit geht. Aber er spricht auch über verschiedene westliche Therapieformen, über Carl Gustav Jung, über den Gottesbegriff, über östliche und westliche Philosophie, Religion, Yoga, Einstein, Wissenschaft. Also hier steckt wirklich sehr, sehr viel drin. Wilber verbindet all diese Themen sinnvoll miteinander und schafft damit einen verständlichen und faszinierenden Gesamtüberblick. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Bücher euch in diesem Jahr besonders geprägt haben und welche Lesevorhaben ihr für 2024 habt. Einige Ideen aus dem Buch von Ken Wilber sind übrigens auch in eines meiner letzten Videos geflossen. Das verlinke ich euch mal hier und unten in der Beschreibung. Dort findet ihr auch die Links zu allen erwähnten Büchern. Ich wünsche euch einen großartigen Start in das neue Jahr. Ich wünsche euch einen großartigen Start in das neue Jahr.